Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Russland Auto 21, Ex-Doctor Danny Spitas. Wir haben jetzt hier unsere erste Hauptmission zu absolvieren. Ich hoffe mal, dass das soweit klappt. Das fliegt, glaube ich, weiter gerade aus. Irgendwann? Meine Güte! So, fahren wir einfach mal. Ja klar, was erwische ich denn da ständig? Gibt es doch gar nicht, ja. So, hier rum. Tätlich! Ich möchte nicht stören, aber ich benötige ein paar Infos. Äh, ich glaube wohl. Wunderbar ist sicher. Wunderbar ist lustig jetzt auch nicht. Äh, wenn jemand einsteigen kann. Gut. Ich muss das erst mal kennenlernen. Gut. Bu Wochenkarte Wie kann ich das jetzt? 2 Euro Westgeld Eine Fahrkarte bitte Seniorenticket Tageskarte Anzahl 1 Bestgeld 14,60 Euro 2,4 Euro Danke Bitteschön So So, die Kasse verlassen So, zu So So langsam komme ich rein Wie gesagt, ich muss das ja erstmal alles kennenlernen Heute habe ich einen Mann gesehen Der ist bei Rot über die Ampel gegangen Das darf man nicht Nein, nein Das sollte man nicht tun, wenn ein Das sollte man nicht tun, wenn ein das lieb ist Ja, aussteigen, ich habe hier aber keine Haltestelle Jetzt gleich aussteigen Hey, was nehme ich denn die ganze Zeit da mit? Kann mir das von jemand sagen? Sierra Street Das frühere Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht werden wird und wir das Vertrauen der Leute gewinnen Deswegen stehen überall in der Stadt Deswegen stehen überall in der Stadt alte Bushaltestellen Manche könnten vielleicht einen frischen Anstrich gebrauchen Aber sie sind ein toller Anfang So, er möchte eine Fahrkarte So, er möchte eine Fahrkarte Eine einfache Fahrkarte Eine 7,80 Zwei, vier, sechs In der Stadt So, hast du verlassen? Jetzt lüsse ich Oh nein, ich bin eingeschlafen. Nicht klasse, Herbert. Ich könnte jetzt nochmal aufstehen. Nein, Mann. Wie steht der nochmal auf? Ich wusste jetzt nicht, wie ich aufstehe, verdammt. Das ist echt nicht mein Wetter. Ja, klar, ey. So, er möchte eine Kinder-Schüler-Karte einfacher. Eine Fahrkarte, eine Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Eine Fahrkarte, eine Fahrkarte, eine Fahrkarte. Immer alle Fahrkarte, Tageskarte, Beide. Wie steigt man nochmal aus? Ich gucke bitte auf. Ja, zieh. Wie ist es? Wie ist es? Ich bin die Fahrkarte. Seedrift Square So, zu links Wie gesagt, das wird mit Sicherheit auf sehr viel aber fast zur Zeit das ganze gehen DS Mission, aber wie gesagt, ich muss da erstmal reinkommen, wenn ich alles wolle Ich werde dich nicht erwischt Ja? Das ist egal Da war keine Haltestelle Alter Schwede Ja, sieh mal einer an! Der erste Zahltag ist gekommen. Wenn wir unseren Routen weiterhin bedienen und unseren Fahrgästen den besten Service bieten, entlohnt uns die Stadt regelmäßig. Ich habe eine Idee, wie wir unseren ersten Zahltag verbringen. Park den Bus und komm, ich habe eine Überraschung für dich Die 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 Wo sollen wir jetzt hinfahren? Dann fangen wir weiter Fahren wir einfach mal weiter, gucken was passiert Ich hab Vorfahrtkollege Was ist sehr schön Was ist sehr schön Na, Fadels Ja, wenn ich mich in die Kammer fahre, wenn ich mich in die Kammer fahre, dann. alles klar, schauen wir mal. Natürlich brauche ich den Verzug hier. Ah, scheiße, vermeint. Die möchte eine normale Fahrkarte, Tageskarte, einmal 0 Euro bezüglich. Kinder-Schüler-Fahrkarte, einfache Fahrkarte, 8 Euro bezüglich. Einfache Fahrkarte. Oh. Psss. Psss. Daheim in Seaside Valley bekamen wir vor drei Jahren ein öffentliches Verkehrsfest. Wir sind bewegen wirklich verbessert. Psss. 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 Mein Gott! So, dann schauen wir mal. Das Wetter ist einfach von davon. Ah, da ging es doch verloren. Habe ich eine Fahrkarte gekauft? Wo bekomme ich denn meine Fahrkarte? Alles klar, kann man das auch erledigen? Alles klar. Hier im Rot. Warten wir. So, sie möchte eine Kinder-Schule-Fahrkarte einfach vegane Scheiße zurückgeben. So, dann kann ich nur 4,60 Euro. Dankeschön. Bitteschön. 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 Konnte man das eigentlich mit dem Verkehr so ein bisschen unterschrauben, oder war das nicht wirklich? Weiß das gar nicht mehr genau. Also wenn ihr irgendwelche Infos habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Es war zu spät gemenzt. Neute-Jewigkeiten. Was ist das denn? Was ist das denn? Eine Fahrkarte bitte. Normale Fahrkarte. Jetzt stecken wir ein hier. Einmal in der Woche gucke ich mit dem Niedelspring auf die Fertie. Es ist der beste Abend der Woche. So, wir können auch eine kleine Runde fahren. So, die sollten wir auch künftig erreichen, wenn wir warten. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Es ist sehr schlecht. Ähm... Kinder-Schüler-Fahrgabe. Einfach die Fahrgabe. Kinder-Schüler-Fahrgabe. Einfach die Fahrgabe. Einfach die Fahrgabe. Kann die Fahrgabe. Eine Fahrgabe. Eine Fahrgabe. Eine Fahrgabe. Ach Gott. Um Himmels will... Ich hätte diesen Kuchen nicht essen sollen. So, Oh, 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 oh. Von der Frau gesehen? Das sah lächerlich aus. Wie kann man so vor die Tür gehen? So, eine Runde Fahrer wie gesagt. Schon wieder ein Verzug wegen der Sache dieser Waffe. Ehe, das ist ein Problem mit der Sache. Ich bin der Schülerfahrtkarte, Tageskarte, 1 Euro. Da kommt noch Spaß dann auch schon wieder. Dann fangen wir wieder raus. Tschüssi. So. 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 Normale Fahrtkarte. Da ist der. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020